Ich begrüße Sie zu Expertisen, dem Wissenschaftspodcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gastgeberin heute, Katja Bär und mit Klaus Viehweg und Nikolaus Knöpfler, begeben wir uns in die Philosophie und sprechen über einen der einflussreichsten philosophischen Denker der Neuen Zeit, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel begann seine wissenschaftliche Laufbahn an der Universität Jena und schrieb hier sein wohl bekanntestes Werk, die Phänomenologie des Geistes. Wir wollen herausfinden, was wir noch immer von Hegel lernen können und was Hegel zu den Herausforderungen der Corona-Krise beitragen kann. Ich begrüße dazu den international anerkannten Hegel-Experten Klaus Viehweg. Er ist Professor für klassische deutsche Philosophie an der Universität Jena und auf den deutschen Idealismus spezialisiert. Im vergangenen Jahr erschien von ihm zum 250. Geburtstag Hegels im renommierten Beck-Verlag eine Hegel-Biografie, die als bahnbrechend bezeichnet wurde. Mein zweiter Gast, Prof. Dr. Nikolaus Knöpfler, ist Professor für angewandte Ethik und Leiter des Ethikzentrums der Universität Jena. Er befasst sich vor allem mit medizinethischen Fragen und berät die thüringische Landesregierung im Corona-Beirat. Er hat sich auch mit Blick auf die Covid-Pandemie mit der Aktualität Hegels für heutige Konflikte auseinandergesetzt. Der 250. Geburtstag Hegel hat erneut eine intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit seinem Denken hervorgebracht. Was macht Hegel für uns heute so aktuell? Für die besondere Aktualität Hegels darf ich einige wenige Gründe nennen und zwar auch noch knapp. Erstens, sein Denken von Vernunft und Freiheit zählt auf die Begründung der Freiheit aller besonderen Einzelnen. Zweitens, Hegel gilt als der Begründer des Gedankens eines sozialen Staates mit dem Grundprinzip der Gerechtigkeit. Es geht bei ihm also um die Verbindung oder Verknüpfung von Rechts- und Sozialstaaten. Bekanntlich, vielleicht auch nicht so bekannt, einige Väter des deutschen Grundgesetzes waren Hegelianer. Drittens, Hegel sah in der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich das Kernproblem moderner Gesellschaften. Wir können die oder eine der Auswirkungen ja anhand der Flüchtlingsströme sehen. Viertens, Hegel hat eine innovative moderne Logik als neue Metaphysik begründet. Fünftens, Hegel gilt als der Vater der wissenschaftlichen Disziplinen Kunstgeschichte und Soziologie. Und last not least, mit seinem universalistischen Denken gilt Hegel als entschiedener Kritiker des Nationalismus, des Rassismus und des Anti-Judaismus. Kernsatz, den ich zitieren darf, der Mensch gilt, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude oder Christ, Deutscher oder Italiener, Mann oder Frau, Weiß oder Schwarz, Alt oder Jung ist. Also modern gesprochen das konsequente Antidiskriminierungsprinzip. Von Alfred Rosenberg, einem der Chefideologen des Nationalsozialismus, wurde Hegel deswegen als unvölkischer und undeutscher Narr abgestraft. Herr Knöpflach. Gut, ich schränke die Aktualität vielleicht wirklich jetzt ein auf unsere Covid-19-Pandemie. Und die besondere Aktualität von Hegel könnte man oder kann man sehr gut daran sehen, dass er ja die Unterscheidung trifft zwischen Moralität und Sittlichkeit. Und man könnte auch sagen, zwischen dem, was der Einzelne für sich als das Angemessene sehen würde und das, was eine Gesellschaft für das Angemessene sieht. Und wenn man diese Vereinfachung mal ernst nimmt, würde er immer sagen, nehmen wir jetzt beispielsweise jemand, der Querdenker ist. Er ist von seinem eigenen Überzeugungssystem her der Meinung, dass die Einschränkungen seiner Rechte viel zu weit gehen. Die Gesellschaft als solche, die sich auch gerade von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beraten lässt, weiß aber um die Gefahr einer Pandemie und vor allem begreift sie die mathematischen Zusammenhänge einer exponentiellen Entwicklung einer Erkrankung. Und vor diesem Hintergrund sind die von der Gesellschaft sozusagen entschiedenen Maßnahmen, die Verordnungen, jetzt möglicherweise auch das Gesetz, sind sozusagen von der Sittlichkeit bedingt. Und da muss sich dann die Moralität des Einzelnen in diesem Sinn einfügen. Und das wäre ja dieser besondere Gedanke, Freiheit als verstanden, als Einsicht in die Notwendigkeit, also als Einsicht in das, was die Not wendet. Und das ist die wirklich treffende Aktualität Hegels für unsere heutige Krise. Da sind wir schon mitten in dem Gespräch über Corona. Ich möchte noch mal einen kleinen Umweg über Jena nehmen. Also Hegel begann um 1800 ja als junger Professor in Jena. Und hier kreuzte sich sein Weg, also unter anderem mit dem der Gebrüder Schlegel, Ludwig Tieg war hier, Novalis, Fichte, Schelling, Schiller, Goethe. Alle sind sie hier gewesen. Welche Bedeutung hat Hegel unter all diesen großen Denkern für die Universität Jena, Herr Fiewig? In seinen Jena-Jahren, 1801 bis 1807, hat Hegel den Grundgedanken seiner Philosophie herausgearbeitet. Und, Sie haben das schon erwähnt, ein Schlüsselwerk der modernen Philosophie geschrieben, die Phänomenologie des Geistes. Ich nenne es gerne das wohl bedeutendste Buch, das je hier in Jena verfasst wurde oder ein Jahrtausendwerk der Philosophie. Wenn ich im Ausland bin, werde ich oft gefragt, kommen Sie wirklich aus diesem Jena, wo Hegel gelehrt hat, gewirkt hat? Die Phänomenologie repräsentiert erstens eine Revolution im philosophischen Denken. Ein altes Paradigma wird gestürzt und durch ein neues Grundmuster ersetzt. Zweitens, das möchte ich unbedingt auch erwähnen, wird ein Vorschlag für die Lösung eines Kernproblems der Philosophie vorgelegt. Vorschlag? Nämlich die philosophische Begründung des Anfangs der Philosophie. Da wird man vielleicht etwas überrascht sein, aber nach Aristoteles ist die Klärung des Anfangs der Philosophie die Hälfte des Philosophians. Im Geburtsjahr 2020, also Hegels Geburtsjahr 250. Geburtstag, gab es auch in Jena eine Ausstellung im Romantikerhaus zu Hegels Jena Jan, die Hegel auch im öffentlichen Raum bekannter gemacht hat. Wir hatten Glück, wir konnten bis Anfang November, war die Ausstellung geöffnet. Und hoffentlich, Herr Kollege Knöpfler wird hoffentlich auch dabei sein, in diesem Jahr wird es eine internationale Tagung an der Universität mit dem Titel Das Beste von Hegel, The Best of Hegel geben. Und so hoffe ich, einen kleinen Beitrag zu liefern, dass Hegel in Jena noch mehr bekannt wird, noch mehr geschätzt wird. Herr Knöpfler? Ja, das Besondere an der Phänomenologie des Geistes ist der Versuch Hegels und ich denke, der gelungene Versuch, ernst zu nehmen, was in seiner Zeit zum ersten Mal so wirklich ins Bewusstsein gedrungen ist, nämlich der Geschichte als einer ganz wesentlichen Kraft und gleichzeitig der Intersubjektivität. Also er bricht eigentlich diese enge Subjektphilosophie, wie sie auch noch bekannt ist, auf und zeigt auf die Weise, dass wir immer in Abhängigkeitsverhältnissen sind. Und das Berühmteste, was er hier entwickelt hat, ist natürlich seine Gedankenüberlegung zum Verhältnis Herr-Knecht, Herrin, Magd oder Sklavin, wenn man das jetzt modern sagen würde. Also einfach zu entwickeln, dass der Herr, der so mächtig erscheint, am Ende in diesem Anerkenntnis- und Anerkennungsverhältnis eventuell sogar der Ohnmächtigere und Schwächere ist. Und das Besondere kann man an dieser, in diesen Überlegungen sehen, dass wir heute genau vor Fragen stehen, nämlich beispielsweise jetzt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Sterbehilfe, wie wichtig eben ist, neben der Selbstbestimmung des Einzelnen, das Eingebundensein in Beziehungen, in Gefügen. Und auch da kann man ganz viel, ganz praktisch von der Philosophie Hegels aus dieser Zeit lernen. Nähern wir uns nochmal dem Denken Hegels. Im Zug der Corona-Pandemie wurde und wird viel über Einschnitte auch in unsere Freiheit diskutiert. Freiheit ist auch bei Hegel ein zentraler Begriff. Herr Viehweg, die Kernthese Ihrer jüngsten Hegel-Biografie lautet, dass wir Hegel als Philosoph der Freiheit verstehen müssen. Können Sie das näher erläutern? Ja, vorweg bringe ich gerne ein Zitat eines heute weithin Vergessenen, nämlich Johann August Wirth. Das war einer der Hauptredner des für die Gewinnung der Deutschen Einheit wichtigen Hambacher Festes von 1832. Dieser Wirth war Schüler an Hegels Gymnasium in Nürnberg. Und in seinen Memoalen schrieb er, Zitat, In mir hat Hegel den unsterblichen Funken der Freiheit entzündet. Und jetzt vielleicht verkürzt, ganz wenige Facetten, sehr verkürzt, der des zentralen Freiheitsbegriffs. Also Hegel geht es in seiner gesamten Philosophie um vernünftige Selbstbestimmung. Also um die philosophische Begründung aller, der Freiheit aller Individuen. Und freies Tun kann sich eben nicht bloß auf Auswählen von Möglichkeiten unseres Tuns verkürzen lassen, von freiem Wollen und Handeln, kann erst dann die Rede sein, so Hegel, wenn dies auf Denken, auf Nachdenken und noch weitergehend auf vernünftiges Prüfen beruht. Das heißt, inhumanes Tun, ich denke, das leuchtet auch ein, inhumanes Tun, Verbrechen oder Terror etc. können keineswegs als frei beschrieben werden, obwohl es ja ein Tun von Menschen ist. Die zweite Dimension, die für Hegel besonders charakteristisch ist, Freiheit bedeutet, dass ich in einem anderen bei mir selbst sein kann. Beispiel Hegel bringt das auch in einer Gemeinschaft, der Freundschaft oder in größeren Gemeinschaften, die ich eben als vernünftig ansehen kann, in denen alle Zugehörigen eben in gleicher Weise anerkannt sind. Ich bringe immer die als Illustration, als schöne poetische Illustration Schillers Ballade, die Bürgschaft, wo zum Schluss der Satz fällt, gewährt mir die Bitte, ich sei in eurem Bund, ein Anerkennungsverhältnis, der Dritte. Man kann das vielleicht auch mit Begriffen aus der Philosophie, auf der er aufbaut, aus dem französischen Raum nehmen, die Begriffe des Bourgeois, des Bürgers, der sozusagen sein eigenes, sein eigenes Wohlergehen vor allem im Blick hat und Freiheit versteht im Sinne von dem, wie wir auch in der modernen Medizin so Selbstbestimmung verstehen, Autonomie verstehen, als dass ich entscheide, wie ich behandelt werde. Und da würde Hegel eben sagen, das ist nicht die volle Form von Freiheit, sondern die volle Form erfüllt sich erst, wenn ich Citoyen werde, also mich verstehe als Teil einer größeren Gemeinschaft, in die ich eingewoben bin, sodass eben Freiheit tatsächlich immer ganz eng verbunden ist mit diesem tiefen Sinn von Vernünftigkeit. Ja, da ist der Gedanke von Kant, Freiheit im Sinne von Autonomie als Selbstgesetzgebung immer noch leitend, auch wenn er eben genau nicht mehr diese rein subjektphilosophische Perspektive von Kant im Blick hat, sondern darüber hinaus geht über eben den Gedanken von Anerkennungs- und Anerkenntnisverhältnissen. Wenn wir von hier nochmal den Bogen zu Corona gehen, also Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperre, Die große Mehrheit der Bevölkerung trägt die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern mit. Es gibt aber auch zahlreiche Menschen, die einen zu großen Eingriff in die individuelle Freiheit beklagen. Einige halten sich bewusst nicht an die Maßnahmen. Hätte sich Hegel als Philosoph der Freiheit ihnen angeschlossen? Herr Knöpfler? Ja, ich denke, ich hatte bereits versucht, die Antwort darauf zu geben. Gerade nicht. Er hätte gerade gesagt, das ist dieses bourgeoisische Verständnis von Freiheit in einem zu engen, zu kleinen Sinn, sondern er hätte immer gesagt, vom Gemeinwesen her gedacht, würde Freiheit gerade bedeuten, in diesem Fall das zu tun, was wirklich vernünftig ist, nämlich das Vernünftige, weil nur das dann auch wirklich ist, nämlich wirkt, also echte, im positiven Sinn, echte Wirkkraft entwickeln wird. Und insofern hätte er dafür, also für die Querdenken kein Verständnis, weil er eben sagen würde, das ist nicht Denken, sondern das ist einfach nur quer. Ja, im direkten Anschluss an das vorherige vielleicht zwei hegelische Stellen, zwei hegelische Aussagen, Zitat, wenn wir im Leben von Freiheit sprechen, so verstehen wir gewöhnlich darunter die Willkür. Und es herrscht die Meinung, so Hegel, die Freiheit sei dies, dass man tun könne, was man wolle. Solche einseitigen Reduktionen von Freiheit auf das Wählen oder Kühren, deswegen Willkür, Kühren, einer Variante hält Hegel, Zitat, wieder für einen gänzlichen Mangel beim Nachdenken. Die Einschränkungen dieser Willkür werden dann schnell oder sofort als staatliche Repression disqualifiziert. Zweitens, hinsichtlich der Kritiker an der Pandemie-Politik sollte aus meiner Sicht präzise unterschieden werden. A, die sogenannten Corona-Leugner und Verweigerer von Maßnahmen zum Infektionsschutz. Hier würde Hegel, das ist natürlich sehr im schlechten Sinne spekulativ, Hegel wohl empfehlen, dass die Betreffenden mal vier Wochen in einer Corona-Station zusehen sollten. B, die Kritiker an bestimmten politischen Festlegungen, welche die Verhältnismäßigkeit von verordneten Maßnahmen betreffen. Hier hätte Hegel wahrscheinlich das Gespräch gesucht. Ganz im Sinne seiner Forderung, man muss nachdenken über die Rechte und Pflichten der Bürger und über die Rechte und Pflichten des Staates. Und beides muss geschehen, sonst werden vielleicht auch berechtigte Kritiken nicht genügend berücksichtigt. Also deswegen plädiere ich für die Unterscheidung zwischen Leugnen und gewisses Unverständnis oder Reserviertheit gegenüber bestimmten politischen Entscheidungen. Und das würde tatsächlich, denke ich, genau der Sinn sein, was Hegel meint mit der Wirklichkeit der Vernunft oder dass das Vernünftige eben das Wirkliche ist und dass man bei einer Güterabwägung, das bedeutet ja das, was jetzt im öffentlichen Raum geschieht, die eine Frage immer ist, wie weit reichen unsere Kapazitäten auf den Intensivstationen und auch die Kräfte der dort Betreuenden aus, einerseits, aber gleichzeitig auch zu gucken, welche auch beruflichen Existenzen werden im Moment durch Maßnahmen zerstört. Und das ist eine wirklich ganz schwierige Güterabwägung. Insofern stimme ich meinem Kollegen völlig zu. Hegel würde sagen, wir müssen das, was da vielleicht vernünftig ist, was ja auch schon ganz am Anfang Herr Schäuble mal als Bundestagspräsident gesagt hat, man darf nicht nur auf das eine schauen. Man muss das große Ganze in den Blick nehmen. Da würde er immer sagen, habt ihr mit den Maßnahmen wirklich das große Ganze in den Blick genommen oder habt ihr Maßnahmen auch verlangt oder verlangt ihr Maßnahmen, die einfach gar nichts bringen, aber sehr viel Leid zufügen den Betroffenen. Beispiel, es gibt in bestimmten Pflegeheimen immer noch eine Vorschrift, dass die geimpften, also Pflegebewohner nicht von den geimpften Angehörigen besucht werden dürfen, wenn die nicht vorher einen Corona-Test nachweisen. Obwohl es möglich ist, in einem solchen Pflegeheim ohne Kontakt zu einer anderen Person in das Zimmer zu gehen, dass man nachher sogar lüften könnte. Also wo diese Forderung, jetzt auch noch einen Test beizubringen für einen Menschen, der deutlich über 80 Jahre ist, einfach dem, sagen wir erst mal, dem Normalen als unverhältnismäßig erscheint. Und da würde Hegel sagen, da müssen wir drüber reden, auch wenn er sich in der Rechtsphilosophie immer dagegen verwehrt hat, als Philosoph selber ganz konkrete Maßnahmen vorzugeben. Ja, da hat er sich lustig gemacht darüber, dass Fichte, glaube ich, so Vorschläge gemacht hat, wie ein Pass aussehen sollte oder so zu seiner Zeit. Also er würde sich verweigern, zu sagen, ich als Philosoph sage euch jetzt, wie ihr es machen müsst. Er würde nur sagen, Vorsicht, genau das, was Kollege Fieber jetzt gerade gesagt hat. Vorsicht, der hat jetzt eine andere Überzeugung. Hört euch erst einmal seine Argumente sorgfältig an. Es ist schon mehrfach der Begriff des vernünftigen Handelns und der Vernunft gefallen. Jetzt sind aber auch die Corona, die Gegner der Corona-Maßnahmen davon überzeugt, dass ihre Argumente oder das ihr Handeln vernünftig ist. Ist Vernunft eine Frage der Perspektive? Also wer legt in unserer Gesellschaft fest, was vernünftig ist? Also Vernunft ist nicht eine Frage der individuellen Überzeugung oder der jeweiligen Perspektive. Sonst würde ja folgendes Prinzip gelben. Weil ich davon überzeugt bin, ist es Wahrheit. Das kann schlechterdings nicht sein. Das ist Egomanie. Eitelkeit nennt das Hegel. Das führt zur Kakophonie der Meinungen. Und schon die antiken Denker, die klugen antiken Denker, haben genau zwischen Meinung und Wissen unterschieden. Und das muss heute auch wieder passieren. Eine bestimmte Position kann also erst nach einer seriösen Prüfung als Wissen anerkannt werden. Dies verlangt natürlich Prüfverfahren, Prüfsteine. Kant nannte dies Probiersteine. Also es muss natürlich ein Härtetest gemacht werden für eine Position. Und der Härtetest oder die Feuerprobe ist natürlich die Prüfung durch die Konfrontation mit der Gegenposition. In der Apostolischen Kirche kennt man da ein Prüfverfahren bei Heiligsprechungen. Da wird nämlich der Advocatus Diaboli eingesetzt. Das ist genau das Prüfverfahren. Die Negativität, also die Gegenposition muss hinzutreten und dann kann geprüft werden, welche Auffassung hält der Prüfungsstand. Leider, das muss ich auch dazu sagen, hat die Philosophie selbst zur Konjunktur des Perspektivismus oder Relativismus beigetragen. Zwei Varianten haben wir heute besonders. Das ist der historische Relativismus. Also man könne nur Zeitliches erkennen. Heute ist das wahr, morgen ist wieder was anders wahr und übermorgen wieder was anders. Dann gibt es keine Wahrheit mehr. Oder es gibt den Gruppenrelativismus, der ist heute auch sehr stark im Kommen. Etwa der Kulturrelativismus, das heißt spezielle Gruppen von Menschen reklamieren eigene Wahrheit. Weil sie zu dieser Gruppe, Kultur gehören, haben wir eine eigene Wahrheit. Und das ist natürlich ein Beitrag, nicht so erfreulicher Beitrag, den die Philosophie selbst geliefert hat. Gegenargument, das ich auch in allen Seminaren immer bringe. Die Kernthese allen Relativismus lautet, alles Wissen ist relativ oder ist Perspektive. So, dann gucken wir mal auf das Wort alles in diesem Satz. Wenn das gesagt wird, dann ist auch dieser Satz der Relativisten relativ. Forget it, man. Das heißt, sie widersprechen sich selbst. Sie müssen sich nämlich selbst einschließen in ihre These. Also ist dieser Ort Relativismus, der leider Konjunktur hat, Herr Knöpfler, Sie werden wahrscheinlich mir zustimmen, hoffe ich, der leider Konjunktur hat, hat einen gewissen Beitrag dafür geleistet, dass wir jetzt diese Eitelkeit des Meinens auch in breiten Öffentlichkeiten haben. Also es gibt eine schöne Stelle von Hegel in der Rechtsphilosophie, wo er sozusagen beschreibt, was Philosophie, das Philosophie und man könnte jetzt weiter sagen Vernünftigkeit in Anführungszeichen auch ein Handwerk ist, das gelernt werden muss. Und ganz viele sind der Meinung, sie könnten das einfach so. Und was er beschreibt, er sagt, keiner hat doch den Gedanken, dass wenn er sich einen Schuh kauft, dass jeder ihm den Schuh machen kann, sondern er geht zum Schuhmacher, zu einem Profi, der das gelernt hat und der das gut kann. Und er sagt aber, in der Philosophie meint jeder, so eitel sein zu können, da mitzureden, ohne überhaupt ganz gewisse Grundregeln zu prüfen. Und ich gebe ein Beispiel, es gibt den Vorwurf in der Debatte um Corona, Impfen könne ja Nachwirkungen haben, von denen wir also Spätfolgen haben, die wir noch gar nicht wissen können. Das Argument ist erstmal stimmig völlig in Ordnung. Es ist aber aus dem Kontext gegriffen, weil wenn ich eine Krankheit mit der vollen Wucht habe, nämlich Corona selber, weiß ich selbst, wenn ich sehr gut überstehe, über die Spätfolgen nicht Bescheid. Das heißt, das Risiko einer vollen Erkrankung ist nach allem, was man aus der medizinischen Wissenschaft weiß, gegenüber einer Impfung immer um Vielfaches höher. Bei einer Pandemie, wo man sozusagen der Erkrankung kaum entkommen kann, es sei denn eben, man zieht sich als Einsiedler weitgehend zurück oder man macht einen dauerhaften Lockdown, was man ja gar nicht durchhalten kann. In einer solchen Situation ist es deswegen tatsächlich unvernünftig, auf eine Impfung zu verzichten, weil einfach die Alternative so schlecht ist. Und wenn man das nicht, das ist relativ einfach. Und trotzdem gibt es die Gegner der Impfung, die das einfach nicht glauben wollen. Oder es ist interessant, das kann man in der Presse sehen. Da würde auch Hegel sagen, was ist das für eine Unvernunft? Ich habe eine Nebenwirkung, vor allem bei Frauen. Warum verwende ich dann den Impfstoff nicht weiter bei Männern? Da wird er gleich für alle verboten oder für alle nicht mehr angewendet, obwohl es kaum Fälle gibt bei erwachsenen Männern. Dann bleiben die Chargen liegen. Da würde man aus der Vernünftigkeit sagen, das ist tatsächlich unvernünftig. Aber hier gibt man irgendwelchen Ängsten nach. Man will beim Impfstoff absolut sicher gehen, obwohl man weiß, dass wir in einer Situation sind, wo so vieles unsicher ist. Und wer das nicht glaubt, braucht heute nur auf die Intensivstation in Thüringen gehen. Wir sind bei 38 Prozent Belegung. 20 Prozent ist das, was eigentlich die Intensivmedizin Frau Dickmann, Herr Bauer als gerade noch tragfähig auch für das Personal benennt. Jetzt sind wir fast beim doppelten Wert. Die Behandelten sind aber jetzt deutlich jünger. Das heißt, man sieht den Effekt der Impfung, dass nämlich jetzt die über 80-Jährigen gar nicht mal so viel sterben müssen. Aber die, die jetzt in der Station sind, liegen länger, haben teilweise sehr dramatische Verläufe. Und da würde jeder sagen, wenn er das nur anschaut, das Empirische ernst nimmt, die Realität ernst nimmt, in dem Sinn würde man hegelsch nicht Realität, sondern Wirklichkeit sagen, ernst nimmt, dann kann er gar nicht anders. Als sagen, die Impfung ist nicht das Ideale, aber es ist in dem Zusammenhang das Bestmögliche. Und dann sollte man das Bestmögliche tun. Das heißt, sich nicht mit Kritiken auseinandersetzen und die Impfstoffe, die wirklich gefährlich sind, rausmendeln, wegtun, nicht verwenden. Aber man würde versuchen, vernünftig zu reden. Und deswegen kann man sehr einfach sagen, Wahrheit ist in manchen Bereichen, würde man sagen, das ist eben ein Geschmacksurteil. Und wenn einer lieber einen trockenen Rotwein trinkt und der andere lieber ein Spezi, dann beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Alkohol soll schädlich sein, aber dafür gibt es auch Stoffe. Was Süßes soll schädlich sein, gibt es auch vielleicht was Gutes. Ja, wir leben ja vom Zucker. Also egal, aber da kann man streiten. Das sind Geschmacksurteile. Aber bei Dingen, wo man sehr, sehr gute Belege aus der Empirie hat, kann man sagen, da gibt es schon Grenzen, wo dann Vernunft in Unvernünftigkeit wegkippt. Und das kann man dann sehr gut, denke ich, in vielen Fällen sagen. Und wenn Sie Knollenblätter, Pilze essen wollen, weil Sie sagen, ja, nach meiner Überzeugung sind doch Pilze, was Natürliches aus der Natur, was von der Natur kommt, kann doch nur gut sein, ein rein natürliches Mittel, dann werden Sie im besten Falle nur Ihre Leber verlieren, im schlechtesten Fall sind Sie tot. Ja, also deswegen, da weiß man, wie unvernünftig so ein Verhalten ist. Hegel wollte durch wissenschaftliches Denken, Freiheit und Vernunft verstehen und herbeiführen. Generell besaß Wissenschaft bei ihm einen hohen Stellenwert und sie hat auch durch die Corona-Pandemie gegenwärtig an Bedeutung gewonnen. Sie haben gerade schon Stimmen aus dem Corona-Beirat in Thüringen zitiert. Corona-Maßnahmen werden dort ja auch auf wissenschaftlicher Grundlage besprochen. Wie geht der Beirat dort mit dem Spannungsfeld von Freiheit und Sicherheit um? Handelt er nach dem hegelschen Freiheitsverständnis, das wir gerade so diskutiert haben? Wie gesagt, wir haben bei uns die Regel, dass nur die Präsidentin für den Beirat spricht. Was ich sagen kann, ist, wie ich uns einschätze, versuchen wir wirklich vernünftig zu beraten. Das darf ich sicher sagen. Und damit natürlich auch Wissenschaften einzubringen. Jetzt hatten Sie eine Doppeldeutigkeit in der Wissenschaft drin, weil nämlich für Hegel die wahre letzte Wissenschaft tatsächlich die Philosophie ist und im Endeffekt nur eine Art von Philosophie, nämlich die des absoluten Wissens, die er tatsächlich gefunden hat. Insofern wäre das die eigentlich im tiefen Sinne, die Wissenschaft. Und die ganzen Naturwissenschaften sind nur abgeleitete Formen. Also sind nicht Wissenschaft im tiefen Sinne, sondern sind nur Stufen hin zu der eigentlichen Form von Wissenschaft. Aber jetzt zurück zu Corona. Natürlich muss man erst einmal hören auf die medizinischen Befunde, die empirischen Befunde. Ich persönlich werde nicht begreifen, aber das ist meine persönliche Einstellung dazu. Ich denke, dass ich dafür Gründe ausweisen kann, warum der Datenschutz bei uns in Deutschland einen höheren Stellenwert hat, als Menschenleben zu retten oder Existenzen vor dem beruflichen Ende zu retten. Das Argument, ja, da öffnet man eine Tür zu einer Art Diktatur, sage ich, das glaube ich nicht. In einer Diktatur braucht es genau zwei Wochen. Dann werden wir keinen Datenschutz mehr haben, wenn das eine Diktatur will. Das heißt, wenn ich das für eine Pandemiezeit bestimmte Regeln des Datenschutzes außer Kraft setzen würde, kann man das nachher sofort wieder machen, wenn man genauso Grundrechte, fundamentale Rechte wie meine Arbeit auszuüben, durch die Pandemie zu beschneiden imstande ist. Da denken Sie jetzt an die Kontaktnachverfolgung, wenn Sie den Datenschutz ansprechen. Genau, dass wir eine App haben. Man weiß ja, wie gut das in Südkorea funktioniert. Viel besser als bei uns. Und Südkorea ist ein demokratischer Staat. Aber wir haben eben so strenge Regeln, dass es einfach, also die App, so wie sie jetzt ist, nicht wirklich hilfreich zu sein scheint. Ja, vielleicht ein Zusatz dazu. Im Anschluss an Herrn Knöpfler nochmal zu dieser Rede von Einschränkungen der Freiheit. Da empfehle ich immer auch den Leugnern einen Blick ins Grundgesetz. Das ist nun mal die Verfassung. Und da wird deutlich, dass die besonderen Rechte, die fixiert werden, in ihrer Wirkung, in bestimmten Situationen kollidieren können. Sie haben jetzt ein Beispiel gebraucht. Ein anderes Beispiel, die substanziellen Rechte auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit haben ihre Schranken. Ich kann eben nicht alles sagen und veröffentlichen, was mir beliebt. Massive Beleidigung, Holocaust-Leugnung, Volksverhetzung sind keine freien Äußerungen. Betone frei. Da kommt das wieder zum Ausdruck Hegels Verständnis. Das sind Äußerungen. Aber als frei dürfen die nicht gekennzeichnet werden. Und die Verletzung des Rechts auf Leben dankiert eben alle weiteren Rechte und kann diese eben auch einschränken. Dies betrifft akute Ausnahmesituationen. Nicht nur die Pandemie. Es werden auch Naturkatastrophen und andere Kriege und so weiter in dem Zusammenhang werden zu nennen. Es kann also zu einer Gewichtsverschiebung hinsichtlich des Gesamtgefüges von Rechten kommen. Zu verhältnismäßigen Begrenzungen von Rechten. Betretungsverbote etwa bei Vulkanen, wenn sie ausbrechen. Da beschwert sich keiner drüber, dass sein Recht auf Freizügigkeit begrenzt ist, weil er da nicht an den Rand des Gratars darf. Da beschwert sich niemand. Das heißt, die Leugner von der Pandemie berufen sich dann auch bei Demonstrationen auf diese Verfassung. Sie erwarten zu Recht nebenbei, dass sie bei diesen Demonstrationen nicht von anderen etwa beschossen werden. Recht auf Leben. Das klagen sie ein. Aber andererseits, wenn sie ihre Kinder dort mitführen, gefährden sie durch das Beschießen mit Viren das Leben der Kinder. Sie sind also in sich völlig widersprüchlich. Sie insistieren auf Grundrechte, auf Verfassung und andererseits wird prinzipiell gegen das Recht auf Leben anderer verstoßen. Und noch einmal zu ihrer letzten Bemerkung, ich will es etwas zuspitzen. Diktaturen schränken Freiheit ein. Vernünftig gestaltete Staaten schränken die Willkür ein. Niemals die Freiheit. Das muss man unterscheiden. Das bestimmte Rechte jetzt nicht mehr so stark gewichtet werden, ist keine Einschränkung von Freiheit, weil es vernünftig ist und dem Recht auf Leben dem höchsten Recht dient. Wenn wir da mit Blick auf die Impfdebatte noch mal schauen, da gibt es jetzt Diskussionen drüber, ob Geimpfte schon mehr Rechte haben sollen als nicht geimpfte Personen. Wie beurteilen Sie denn das mit Blick auf Hegel und den Freiheitsgedanken? Also da ist genau die Frage falsch gestellt. Ja, es ist ja so, mir werden Rechte aufgrund der pandemischen Situation erst mal eingeschränkt. Wenn ich durch meine Impfung, wenn es keinen Grund mehr gibt, mein Recht einzuschränken, weil ich geimpft bin und mich nur mit Geimpften treffe, dann gibt es keinen Grund, mir diese Rechte, die man mir eingeschränkt hat, um ein Gut zu schützen, das jetzt aber gar nicht mal von mir gefährdet wird, nämlich das Leben anderer, das zu nehmen. Das heißt, wenn jetzt ein Theater öffnen würde und lässt nur Geimpfte rein und macht trotzdem sozusagen nochmal eine Sicherheitsschleife, dann ist das nicht, dass ich anderen Rechte nehme, sondern ich gebe die mir zukommenden Rechte, weil jetzt keine Gefährdungssituation für uns ist. Dann kann man immer noch fragen, ja, aber sie müssen zum Theater kommen, vielleicht sind sie dann in einem öffentlichen Verkehrsmittel, vielleicht können Geimpfte dennoch anstecken, dann muss man Abwägungsprozesse machen. Aber die Frage muss man richtig stellen. Die Frage ist, wie lange ist ein Staat berechtigt, mir gewisse Rechte vorzuenthalten? Und wenn er mir das Recht vorenthält, jetzt nehme ich das Beispiel vom Kollegen Fivik auf, an den Rand eines Kraters zu gehen, dann ist das nicht mehr verhältnismäßig, wenn der wieder Vesuv seit 1943 oder 1944 nicht mal ausgebrochen ist und auch die Seismologen sagen, er bricht in den nächsten Wochen nicht aus, dann darf ich da hingehen. Aber wenn er wie der Ätna schon wieder spuckt, dann gibt es gute Gründe und so ist es mit diesen Grundrechten auch. Also da würde ich sagen, ist es genau falsch rum gemacht. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand den Vorwurf der Subvention macht, wenn eine Steuer gesenkt wird. Dann ist immer noch Steuer und nicht Subvention. Subvention beginnt im echten Sinne erst, wenn ich sozusagen etwas gebe. Aber solange ich nur Steuern reduziere, habe ich noch überhaupt nichts subventioniert. Ich habe nur reduziert. Nochmal mit Blick auf Krisen allgemein. Neben dem Freiheitsbegriff gibt es noch andere Aspekte in Hegels Denken, die aktuell sind. Hegel sah beispielsweise die soziale Frage als das Grundproblem der Gesellschaft an. Herr und Knecht, Herr Knöpfer, Sie haben es angesprochen. Was können wir in Krisenzeiten sonst noch aus seiner Theorie lernen? Ja, der Ökonomie-Nobelpreisträger Josef Stiglitz, den ich in dem Kontext gern zitiere, vertritt die Auffassung, dass der gut konzipierte soziale Staat die unverzichtbare Stütze, so Stiglitz, einer innovativen Gesellschaft ist. Und dies ist ganz im hegelschen Sinne, obwohl es Stiglitz Hegel nicht gelesen hat. Hegel hat eben erste Bausteine, sehr vorsichtig formuliert, für einen sozialen Staat entwickelt, für eine vernünftig gestaltete, regulierte Marktordnung. Unter anderem, das ist aktuell, ich darf mal das Wort benutzen, Systemrelevanz. In Krisenzeiten wird deutlich, was eigentlich systemrelevant ist. Bildungswesen, Infrastruktur und jetzt Gesundheitswesen. Und das sind substanzielle öffentliche Aufgaben, die sind nachhaltig zu organisieren und nach Hegel dem Marktprinzip prinzipiell zu entziehen. Es geht also heute, vielleicht kann man an Hegel anschließen, um neue kreative Gestaltungsformen, welche eben eine gerechte Ordnung, Gerechtigkeit ermöglichen und garantieren. Und die großen Krisen der letzten Jahrzehnte, wir haben ja mehrere, das ist ja nicht nur die Pandemie, wir haben die ökologische Krise, wir hatten die Weltwirtschaftskrise, die immer wieder auftauchen kann. Wir haben die Pandemie, wir haben aber auch so eine Konjunktur des Populismus, des Autoritarismus. Also alle, und das wäre eine Botschaft, die man mit Hegel vielleicht aussprechen könnte, zeigen das Scheitern dieses marktfundamentalistischen neoliberalen Modells des Kapitalismus. Nicht das Scheitern des Kapitalismus. Aber man kann nicht ernsthaft behaupten, es gäbe nur eine Version oder eine Variante und das sei das letzte Wort. Also der Markt als wimmelnder Willkür, wie Hegel das nennt, kann schlechterdings und bitte in Zukunft nicht mehr als frei beschrieben werden. Das ist eine Perversion des Freiheitsbegriffs. Das ist ein wimmelnder Willkür, ein Zusammenhang, der vernünftig gestaltet, reguliert werden kann und muss. Und dann bildet er die Grundlage einer modernen Gesellschaft. Man kann sagen, ich glaube wirklich, dass die Denker der sozialen Marktwirtschaft in den 40er, 50er Jahren, also die Freiburger Schule, ihren Hegel gut gekannt haben und dass sie genau das, was jetzt gerade beschrieben wurde als Prinzip der Freiheit eben sagen würden, deswegen nicht freie Marktwirtschaft, sondern soziale Marktwirtschaft erfüllt genau das, dass es eine in Freiheit eingebettete Marktwirtschaft ist und er würde immer den Primat des Politischen vor dem Primat des Ökonomischen haben. Das heißt, immer begreifen, dass das Ökonomiewirtschaft ein Teilbereich ist, ein ganz wichtiger. Und man hat gemerkt, als China kurz im Lockdown war, wie bei uns die Lieferketten brachen, wie Pharmaprodukte nicht mehr hergestellt werden konnten oder nicht mehr zu uns transportiert werden konnten, weil die Wege nach Indien, nach China auf einmal zu waren. Also wie wir ein globales Dorf sind, was Wirtschaft angeht. Und es wäre immer eine neue Herausforderung zu fragen, was sind die für eine Gemeinschaft mit so wesentlichen Faktoren, dass die Politik sie nicht aus der Hand geben darf. Und er würde heute vermutlich sich darüber Gedanken machen müssen, wie man dieses Spannungsverhältnis lösen kann, dass wir eine globalisierte Wirtschaft haben, aber eine nationalstaatlich organisierte Politik mit dem Souveränitätsprinzip von 1648, das den einzelnen Staat vor Eingriffen der anderen hindert. Und die Pandemie zeigt, dass das Virus nicht an der Grenze der Schluss macht. Das heißt, in der Dynamik seiner Philosophie, behaupte ich, gegen seine eigenen Äußerungen, liegt eigentlich die Idee eines Weltstaats begründet, aber eben eines so vernünftigen, dass der ganz viele Freiheitsspielräume lässt, also wirklich vernünftige Freiheit lässt, aber bestimmte Fundamentale für das gemeinsame, auf dieser Erde gemeinsame Zusammenleben nötige, so strukturiert, dass wir uns eben nicht durch solche Katastrophen, wir sitzen ja immer noch auf der Möglichkeit eines Atomkriegs, das ist ja überhaupt nicht weg, das ist nur nicht mehr in der öffentlichen Debatte, aber wir haben immer noch die Möglichkeit mit den Waffen, die heute auf dieser Erde vorhanden sind, diese Erde innerhalb weniger Minuten auszulöschen. Und insofern, wenn man dieses Risiko sieht, wenn man die Möglichkeiten, die Corona uns andeutet, des Bioterrorismus sieht, weiß man, wenn wir nicht als Menschheitsfamilie zusammenarbeiten, besteht die Gefahr, dass uns das um die Ohren fliegt. Und bei der Wirtschaft genauso, wenn wir den Einzelegoismen den Platz lassen, dann haben wir genau das verletzt, was er versucht zu beschreiben, anzudenken, nämlich eben die Vernunft in der Wirtschaft. Und ich glaube, er kannte seinen Adam Smith gut, The World of Nations, also der Reichtum der Nationen. Und Smith war eben gerade nicht ein Befürworter der laissez-faire-Politik machen, die Wirtschaft darf tun, was sie will, sondern baut genau Strukturen. Und ich denke, man kann aus der Philosophie Hegels viele Anregungen für heute gewinnen, wie ein vernünftiges, auch wirtschaftliches Handeln möglich sein könnte. Hegel hat optimistisch auf eine Weltgesellschaft geschaut. Angesichts der Pandemie, aber auch angesichts ökonomischer Krisen oder dem Klimawanden haben viele Menschen das Gefühl, vor einer unsicheren Zukunft zu stehen. Hegel lebte auch in Zeiten von Umwälzungen, von Ungewissheit, hatte trotzdem diesen optimistischen Blick. Wie sehen Sie beide in unsere Gesellschaft, in die gesellschaftliche Zukunft auch über die Pandemie hinaus? Professor Fiebeck? Ja, Sie haben zu Recht gesagt, Hegel ist Optimist. Aber keinesfalls ein blauäugiger, purer Optimist. Denn er sah die Moderne als die gefährlichste, riskanteste Zeit für die Menschheit an. Weil, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, weil Freiheit aller gedacht und gestaltet werden muss. Und das ist das schwierigste Projekt, was die Menschheit vor sich hat. Und man muss noch hinzusagen, nach Hegel kann dieses Vorhaben auch scheitern. Das heißt, es geht nicht so weiter Optimismus. Ja, ja, das wird schon alles gut werden. Das wird schon eintreten in unserem Sinne. Nein, der Gedanke, der Freiheit zu Hegel müsse in die Köpfe hinein und in die Welt hinausgebildet werden. Und das ist wirklich das Schwierigste, was überhaupt vor der Menschheit stehen kann. Oder wenn ich einen anderen Großen, der zu Hegels Zeit lebte, sinngemäß zitieren darf. Nur der verdient sich Freiheit, der täglich sie erobern muss. Und mit Hegels Worten, das Gelingen, ich habe es mit anderen Worten schon gesagt, das Gelingen des modernen Projekts der Freiheit liegt ausschließlich in unserer Hand. Es kann gelingen, es kann auch scheitern. Herr Knöpfler, wie schaut der Professor für angewandte Ethik da drauf? Also der letzte Gedanke wäre etwas, was ich genau unterschreiben würde. Es kann gelingen, es kann scheitern. Vom Blick in die Zukunft, wenn ich mir vorstelle, man wäre jetzt eine junge Familie, hätte Söhne im Alter von 20, 21 und wir sind in der Situation des Zweiten Weltkriegs im Jahr 41 vielleicht. Und die gehen gerade an die russische Front. Ich mache jetzt mal die deutsche Perspektive. Und ich weiß nicht, wann dieser Krieg endet. Ich weiß nicht, ob meine Kinder zurückkommen. Ich höre von den ersten Bomben, die auf Städte fallen. Vielleicht bekomme ich auch etwas mit, dass die Juden aus meiner Stadt verschwinden und andere dem Regime missliebige Personen. Und ich finde das ganz schrecklich und weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Und wenn ich jetzt blende auf unser Deutschland heute, dann ist die Pandemie schrecklich. Aber die Hoffnung auf ein Ende steht da. Die Klimaänderung ist da. Aber es besteht die Hoffnung, dass wir vernünftig genug sind, es zu tun. Es ist nicht gewiss. Wir wissen es nicht. Es ist wirklich ein Projekt der Freiheit im Sinne vernünftiger Freiheit. Ob sich die Freiheit als Einsicht in das, was die notwendig durchsetzt oder ob eben doch Einzel-Egoismen oder auch Gruppen-Egoismen. Und Gruppen-Egoismen sind auch Egoismen von Nationalstaaten so stark werden am Ende, dass sie das gemeinsame Projekt einer gelingenden, blühenden Erde in Frage stellen. Aber wenn ich nach meiner persönlichen Hoffnung angesprochen werde, sage ich, ich hoffe jetzt mal, dass sich das Erste durchsetzt und wir so vernünftig sind als Gemeinschaft, dass wir Lösungen finden für unseren Planeten. Vielen Dank. Ja, Freiheit kann gelingen. Aber es ist eine schwierige Sache. Und als Philosophen sollten wir eben, zumindest aus meiner Sicht, einer hegelischen Tugend folgen, die Sachen, die Probleme auf den Begriff zu bringen. Um eben einen kleinen Beitrag, als Philosophen sollten wir uns nicht überschätzen, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass eben die Entwicklungen in eine Bahn kommen, die eben eine optimistische Zuversicht oder sowas zulässt. Danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Gern geschehen. Vielen Dank. Vielen Dank.